Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Crew Wildrun.Summit. Wir sind hier mittendrin. Ja, wir machen... war eigentlich erstmal den Flucht-Test. Ja. Welchen Auto? Ich überlege gerade. Und welche Richtung? Warte, 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 wo... Ach nee, der Flucht-Test ist mitten, ach nee. Ja, fahr so wie ich fahr. Wenn ich hier mal sehen würde. Wo ist denn? Hä, wovon wir bist denn? Hä? Von dir. Links von dir. Ich will mich einfach mal zu dir. Okay, Rallye-Auto. Ah, ich bin am Testen einfach mal vorbei gefangen. Das geht immer. Ach so, du fährst dann da geradeaus hinter. Ja. nicht so. Ich kann euch hier im Schmerz. Das geht nicht nur... Wennscht. Ja. 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 Lass da mal wieder zusammen fahren, das geht schon. Okay, ich habe auf jeden Fall ziemlich scheiße gewartet. Obwohl, nee, war gar nicht so scheiße, aber ich habe mich nicht verbessert. Okay, gleich mal auf Ani bis 422. Ist schon mal ein Beruf, ne? Warte, warte, fährst du ja immer hin oder wieviel Anlauf nimmst du? Bleib mal stehen, wo du dich jetzt hinliebst. Okay, hier. Hier. Ja, ja, ich komme schon. Was ist los? Also ich habe jetzt nicht so die beste Beschleunigung, aber einen ziemlich guten Top Speed. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin am besten vorbeigefangen. Gigi. Du hast es, du hast es, du hast es geschafft, du hast es geschafft. Ach scheiße, du bist du. Ach, scheiße, du bist du. Stimmt. Ne. Ich bin, äh. Diese in dieser Bodenwelle bin ich so, bisschen, habe so einen kleinen Abfall gemacht. Und deswegen, auf dem nächsten Mal, Bodenwelle vorbei. Und das ist, ich bin, die Knips. Ich bin, die Knips. Wie gut bist du beim Test? Ja. Ah ne, du schießt falsch. Alles ist voll ungewohnt, dass man... nicht durch die anderen Befahrt. Nein! Ich weiß nicht, wo jetzt hier sozusagen der beste Weg ist, bis man draußen ist. Siehst du deinen Geist? Nope. Nicht? Nope. Meinen eigenen. Ja. Wo fährt denn der lang? Ja, bisschen anders. Und zwar? Warte, 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 es könnte passieren. Was mach ich denn hier für eine Scheiße? Wofahr ich denn lang? Nein! Millimeter an dir und an mir vorbei. Ich bin gerade voll in Schmarrn gefahren. Hä, wo fährst du denn? Ich muss mal hinter dir fahren. Ich war irgendwie... irgendwo mache ich grad ziemliche Scheiße. Okay, wo bist du, wo bist du, wo bist du da? So. Hier. Versuch's doch, warte. Gut. Meine Beschnelligung ist echt der Tod. Du fährst hier. Dann fährst du hier. Dann fährst du hier. Dann fährst du hier rüber. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich bin fertig. Und dann diese Schanz sicher nehmen. Die ich jetzt Scheiße genommen hab. Ich bin fertig. Du fährst schon wieder woanders. Du fährst schon wieder woanders. Nein, 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 da ist ne Leitplanke. Ja. Das wär richtig gut geworden von mir. Nein. Moin Könnenfest, auf jeden Fall irgendwo hast du dich nochmal verbessert Ja Da bist du 139. Wuhuhu Hä, ich check noch nicht so genau wo du fährst Einfach nachher Ja ich versuch's Also manchmal muss ein Verkipp haben mit dem Hügel und so, aber Ey, hey, 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 hey Ich glaube ich hab dich weggerannt Wie solltest du dich wegschieben, alter? Ja das ist eh vfacke Ja ja, grad habe ich auch einen Abflug gemacht Hier kommt außerdem eine Leitplanke da bei der Straße vorne. Kannst du vergessen, da nachzufahren. Schöße. Nee, du musst viel weiter nach da fahren, wo wir jetzt langfahren. Ja, aber da war ich mal zu weit. Ich hab's noch nie wirklich getroffen. Da. Puh. Außerdem bin ich viel... Dadurch, dass ich in einem Windschatten bin, bin ich viel zu schnell. Man kann hier sozusagen nicht mehr nachfahren. Jetzt gerade war ich ziemliche Scheiße. Egal, ich fahr jetzt einfach mal. Ich schau jetzt einfach mal, wo du rumst. Hey. Was hat mein Auto gemacht? Ja, welcher Sch... Ach, die Schanze. Man muss sich halt auch wichtig erwischen, hab ich's grad nicht. Ich hab mich zweimal überschlagen, alles klar. Ja, dann musst du ein bisschen Glück haben bei dem Test. Ja, du musst ein bisschen Glück haben bei dem Test. Da. Ah. Man, ich will jetzt einmal gescheit schaffen jetzt hier. Ich fahr jetzt einfach gleich. Weil du hast es ja auch ohne Windschatten. Mh. Ich drehe zu viel. Alles klar. Und ich fahr jetzt noch vorbei. Ah, ist gut. Ja, warte, dann komm ich auch noch mal zu tief. Ich fahr weiter links. Da ist entner Vogel drin. Du fährst da voll durch. Ey, um den fahr ich eigentlich immer rum. Und ich freige mich ein bisschen rum. Und ich fahr da oben und jetzt möchte ich auf einmal Message. Ja. So toll. Eine Minute, die E akkor ist nur Weisse. Nein, ganz knapp. Ich glaube, viel geht da nicht mehr. Das ist voll wie du, verdammt. Es ist mir ja gerade schnuppe, weil gerade bin ich gut durchgekommen. Oh, no, no, wo fliege ich hin? Wo fliege ich hin? Ich hasse es. Zu langsam! Zu langsam! Ich verbessere mich! Ich verbessere mich! Ach komm, wieso immer, wenn ich den Start richtig hinbekomme, haut es mich irgendwo andersrum? Ich nehme es Christian. Andersrum. 74 Star! Warte. Das nur, weil ich ein bisschen Winschatten wollte hatte. Ja. Ja. Ich warte auf dich. Ja. 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 Ich weiß genau, wo du langfährst. ich weiß es genau aber mir passiert jetzt schon wieder da reingekommen jetzt und dann da vorne diese Chance nehmen genau hier diese hier du fliegst perfekt in diese Steigung rein und dann musst du einfach diesen Berg runterfahren und dann noch nie drüber zu gehen ich will deinen Winchern, ich will deinen Winchern, ich will deinen Winchern ok ich verbessere mich ich ganz knapp nicht ich hab mich ganz knapp verbessert minimal hat mich verbessert ich fährst einfach 100 Meter mehr als ich 280er bin ich aber ich bin so echt cool, ich bin so gut du gehst immer hin auf die Berg da ja oh Gott, wo hast denn du dich hier gebiegt ein Teil zu weit ja auch was st ich bringe mich über mich drüber ne 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 steht doch nicht auch putzig ich werde einfach mal sehen wie du trininnerst Genauso wie du. Ich hab's vollkommen verschränkt. Da ist die Chance. Habe ich nicht ganz erwischt, egal. Könnt gut werden, Alter. Wenn du mir jetzt da wegziehst! Alter, nochmal ein paar besserer Huggel! Ja, und du kommst da besser durch. Bei diesem einen Huggel kommst du besser durch. Mhm, kommst du. 170. 36. Mach mal einen anderen Test. Ja. Das heißt, anderen Test ist der Part. Ich bin zu Ende. Okay. Äh, ja. Einmal können wir den neuen Test noch machen, wissen wir jetzt. Jägel? Ich hab das Gefühl, ich komm immer weiter weg. Was willst du machen? Sprungtest? Ja, den bekomm ich nicht hin. Ich weiß nicht wie, aber die sind da alle besser als ich. Du machst ihn mit Dragster heute. Äh, ich sag jetzt mal nix zu dem Test, weil ich bin einfach scheiße in dem. Okay, ich bin 2.500. Okay, erstmal ohne Dragster. Okay, erstmal ohne Dragster. Ähm, ja. Fast erster. Also, fast. Fast. Glaub ich dir. Also, ja, gut. 3.900 sind noch besser wie ich, aber fast erster. Ähm. Ähm. Also, wie viel ist denn besser als du? 3.900. Aber, fast erster. 3.900. Ja, nur noch 3.800. Naja, äh. Wie wir das hier schaffen. Und wie es hier weiter geht. Sieht ja alles nächste Woche hier bei uns. Dann geht's noch weiter. Mit, äh. Diesen Test und dem. Was gibt's denn noch? Tempotest. Irgendwasn Scheiß. Ähm. Ja, alles. Seht ihr. Das alles seht ihr alles nächste Woche. Also, einschalten. Wir verpassen uns bis dahin. Da gibt's du schon. Ciao. Servus. Ich check's nicht.